Letztes Mal bei SCP Alter, safe bitte! Oh, da ist einer reingegangen, hat die Maske auf! Wollen wir ihn töten? Wollen wir ihn töten? Ja, schau mal rein! Wir sind ja voll gesperrt, ne? Dann kriegen wir wahrscheinlich die Maske ohne den Tipp, oder? Wenn er stirbt. Oder überlebt und wir gehen jetzt rein und bleiben die Themen. Alter, mach mal Gas aus und wir gehen rein, oder? Er liegt noch. Ich will sicher sein. Alter, what? Ja, da hat er gesagt, er kann auch über die Körper irgendwie verfügen, wenn sie tot sind. Ja, aber das ist für Kranke. Und die Körper, und kann sich ein Körper noch bewegen, auch wenn es physikalisch eigentlich unmöglich wäre. Jetzt hat er bestimmt das böse Face, mach mal Gas weg. Der würde auch gruselig, wenn er von unten hinzukommen würde. Ich werde dir hier noch eine Chance geben. Ich werde dir hier noch ein paar Chance geben. Ich werde dir die Kranke öffnen. Und wir werden über diesen kleinen Gas-Incidenten vergessen. Hör mal. Ja, mach mal, mach. Ich guck, wie er so macht. Aber ich habe nichts mehr zu tun mit dir. Ich habe nichts mehr zu tun mit dir. Ich habe keine Intentionen, um einen Person, der mit mir gewonnen hat. Aber wegen meiner Freiheit. Der einfachste Weg, um dich sicher zu gehen, ist, zu finden, einen CP012 in der Light-Containment-Zone. Und wenn du zwischen den Länden liest, wird es so interpretabel wie ein Bild. Ich habe nicht alles verstanden. Ich auch nicht. Aber unsere Tipps, die uns was mal aufgeben müssen. Aber da steht er. Ja, der ist doch da jetzt raus, oder? Da ist er raus, ja. Er ist ja jetzt da unterwegs. Aber er war ja voll drin. Da ist er jetzt drin, oder? Alter, jetzt läuft der gebrückt. Warte, das ist immer so. Oh, shit. Jetzt ist er wieder kleiner. Oder? Jetzt ist er wieder kleiner, gell? Keine Ahnung. Na ja, bis mal. So. Jetzt geht's gar nicht mal weg, oder? Oh mein Gott. Was? Nein. Lauf weiter, lauf weiter. Ja. Er hat noch keine Geräusche von sich geblieben. Zu weit, zu weit. Die volle Action heute, die volle Action. Ja. Nach klingt ja alles gut. Da ist nur der Generator, oder? Da hat er die gehört. Ich weiß es nicht. Ich sag mal, das war der Generator. Wir hören es ja, wenn es schreit. Ich sehe gar nichts. Wir finden doch nie wieder zu dem Computer und auf den Elektriken. Vergiss das, Alter. Halt. Entrance. Entrance, da ist der Elektriken. Es ist leichter zu finden, Gate A zu finden, aber es ist sehr viel schwieriger zu finden, Gate B zu finden. Ich weiß nicht, was ich meine. Ich speichere mich. Ihr kommt niemals zurück zu SCP-079. Kannst du knicken. Da ist er doch schon, oder? Ja, das ist ja nicht voll. Jetzt kannst du sowas von wegpressen. Halt. Oh ja. Nein! 96 heißt ja, dass er unterwegs ist. Achtung, Achtung. Oh nein. Er schiebt doch. Ja, ich weiß nicht. Nein! Ich bin nicht mehr. Starten wir nicht hier in die Person? Ja, ich weiß nicht. Soll ich jetzt versuchen zurückzukommen? Zum... Zum... Ich hab keine Ahnung, wo der war. Ich hab keine Ahnung, wo der war. Hm. 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 Was meinst du? Versuchen müssen wir es dann. Wir müssen es ja durchspielen, oder? Aber was hat er gesagt? Wir sollen irgendein SCP, irgendwas mit 2 am Ende finden. Der Typ mit der Maske. Irgendwas mit 1 hab ich verstanden. Meinst du? Wenn wir ihn nicht vergast hätten, hätte er uns gekillt? Weil er erst so freundlich geredet hat, und das wäre eine Trap. Probieren, dann müssten wir raus. Ja, ja, ja. Das ist eine Trap. Das ist ein Multiple Choice, oder? Oh, die Giants sind wir wieder. Zurück. Ja, ja. Ich guck mal voran müssen, ob da alles dem Zeug angelegt ist. Okay, 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 okay. Nicht die Tür. Nein! Ja, war er von mir. Wenn ich Glück habe, kommt jetzt rein und wird von 96 gekürtet. Was ist drin? Was ist drin? Was ist drin? Was ist drin? Das ist ein bisschen drin. Was ist drin? Nein, das ist drin. Wenn man hin zu mir geht, dann ist er nicht mehr drin. Was ist drin? Da ist er auch durch die Tür. Geh weiter. Da war er noch. Scheiße. Headset. Okay. Oh, dann. Oh Mann. Oh Mann. Läuft das hier auch nicht. Ich muss aber noch ein Anricht probieren. Oh Mann. Wir haben doch geschweichelt laufen jetzt. Tief, tief, tief. Oh Mann. Oh Mann. Der läuft gegen die Wand. Was ist das mit dem? Dann jetzt. Der, so lange gegen die Wand läuft. Der schießt mich doch, sobald ich da rausgeh. Meinst du, der läuft gegen die Wand? Der ist jetzt voll verblödelt oder? Alter, der hat das jetzt jacht gemacht. Der hat ein Engel. UAH! Target terminated. Target terminated. Target terminated. Was soll ich hier irgendwie gesagt? Hab ich es gesagt? Wenn ich schnell bin. Wie verblöd ist denn der? Er läuft stundenlang gegen die Wand, bis einer rauskommt. Sollen wir ihn von der anderen Seite locken? Mhm. Und dann können wir so im Kreis rumlaufen. Wenn er da die Tür aufgemacht hat. Super blöd. Boah! Boah. Ich hab total was. Ja. Auf den Arsch. Die rote Pille. Was ist die? Ah stimmt. Die ist für Krankheiten eigentlich. Das ist lustig. Ah Gott verdammt. Heute mal mit speichern. Dafür können wir ein wenig mehr ausprobieren. Ja. Und ich glaub die lange Episode. Das wollen die Zuschauer auch so. Was? WTF? So. Und jetzt? So blöd. Der hängt da. Aber ich hab's ja nicht mehr. Der kommt ja nicht mehr seit 2 Minuten. Scheiße. Wie? Und jetzt Quelle war das jetzt da? Wie soll der Angriff gewesen sein? AAAAAAAAH!! Fuck! Wir sind in der Stelle angekommen, wo es nicht mehr reingeht. Aber du schaffst es, da reinzurennen und dich dann zu heilen. Der befolgt einen irgendwie auch nicht, wenn er schießt. Ah! Ein Depp! Oh, nein! Ah, kein Depp! Oh! Bist du noch einen Weg? Das einzige, ne? Nach der Schleuse. Wir müssen dorthin zurück, ja. Fuck, Junge! Das war gut. Du, du, du! Sprecher! 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 Was ist denn da los, ey? F5! Alter! Was ist denn da los? AAAAAAAAH!! UAH! Schnell! Schnell! Ich bin da Medi-Kid. Der ist doch dumm, die KI von dem, das ist... Das ist echt ne Feuerländer. Oh! Panos. Was? Kommt er jetzt? Oh, das ist sowas wie, ich hab die Pferde aufgenommen. Ich rieche seinen wenigsten Schmerz. Ich rieche seinen wenigsten Schmerz. Ich rieche. Ich rieche seinen wenigsten Schmerz. Ich rieche. Ich rieche. Warst du zu komisch, oder? Ja. Da ist die Möche. 55%. Ich rieche nur. AAAAAAAAH! NIEIN! Du Idiot! AAAAAAAAH! Fuck! fuck du wolltest ja unbedingt also da war da musst du gut weil Libby leicht mit dem aus tut kannst du wahrscheinlich ba 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 und was meinste? ist er jetzt wieder weg? ja ne, ich glaub er muss der Treppe jetzt sehen er war dann am anderen endlich drin ja wahrscheinlich das wär jetzt nicht so feierlich aber dann rettetetet safe? ja, please ja 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 ne ich glaub ich hab ja der 106 von vorne ja ja ich glaub ich hab vor Ninthead Fox mehr Angst als vor den ganzen SAPs im Spiel der hat ne Waffe man vielleicht hat's wieder ja 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 ich hab noch zu müssen geflattert das sind die Zombieart ja alles Ambientgeräusche alles Ambientgeräusche du musst dich erstmal dran gewöhnen wenn du nie weißt ob's jetzt wirklich oder oder boah tchup 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 safe wir haben den Tunnel durchquert was ist da eigentlich los? ja das ist Paco oder mein Tassep ist kaputt? safe bang mach mal was da geht's nicht da geht's nicht noch mal ja die Zonen schon die Zonen ist halt so ne Meter Uxix ich sag dir wieder wir splitten das eine Stunde splitten wir auch ab ne Stunde ich splitte sag ich dir du bist im Ending das Ending tun separat Cliffhanger nächste Woche dann wir haben sie schon fast geschafft super kacktes Gate B Mann passt ruhig dir auch äh nicht speichern das ist nicht dasselbe wert ja wieso das Spiel verbieten ja nicht zu speichern ja trotzdem es zwingt einen sogar es sagt press F nicht gezwungen man kann verzichten drück F sonst geht es nicht weiter oder was er kommt nicht passt round soo wo waren da jetzt was machen wir das wirst du da rein oder was ne aber man muss ja hallo es kommen und jetzt ist das ja mann wenn wir da zurückkommen rechts hoffentlich geht es nicht aber immer noch speichern bevor das Event nicht geht dann oder so vielleicht kann man es dann da wieder wird immer schlimmer ey ich glaube mit jedem mal speichern muss man einmal mehr drücken ja wenn dieses scheiß Event wieder nicht klappt ne dann platz ich über den Tisch ja Gott sei Dank und dann müssen wir wieder zum Elektriki aber dann da ist er auch nicht ok alter stimmt so hier muss man das so dann das wird wie war wie war das hat die ist Der Pulli, der war so flautig! Kennen sie diese diese fauschigen Pullis? Wo so einzelne Fasern so abstehen. Das sah so fauschig aus. Und die war super nett. Und die geltet alles. Und jetzt ist es so ein Akzent gehabt. Ist es so russisch oder... Lutschen. 50 Euro. Oder polnisch. Ich habe ihnen ein Faible für polnisch glaube ich. Da war der 95. Wir müssen jetzt ein ganzer Weg zurück. Uuuuuck. Kurz vorhin dachte ich, what the fuck. Kommando geht das Wort einfach ab. Wir laufen jetzt wieder zurück. Wir laufen jetzt wieder zurück. Wir müssen dann zum Glück nicht nochmal zurück. Sechsmal durch... Das wäre es, wenn wir nochmal zurückgehen müssen. Sechsmal durch einen verkackten Tunnel. Er war im schlanken 173. Ja... Meine Theorie ist ja, er taucht nicht dort auf, wo er schon mal aufgetaucht ist. Aber ich meine, wir waren schon von drinnen. Wenn er dort gespawnt wäre, dann beim ersten Mal. Meine ich. Er weiß nicht. So ist es schade. Er weiß nicht. Und was ist das Ding. Ich verstehe. Hier ist... Warum kann ich für 10 Dollar? Das ist alles. Alles du willst. Alles? Alles. Alles. so du Ja, ne? Ja. Tuff, tuff, tuff. Jetzt sind wir jetzt alles mehr. Hallo. Rauschen. Sehr gut. Jetzt muss ich mal was überlegen. Es ist ein wenig schlimmer. Kann man einfach umgehen? Hm. Na, vielleicht wissen wir es den meisten nicht. Jedes Mal. Jedes Mal. Ach. Ich habe vergessen alles nach einem Spiel. Ich bleibe jetzt mal. Wir verpassen das jetzt. Es war noch gar kein Raum, wo der 170 so in der Mitte, wo so schwarz wird und dann in der Mitte steht. So ähnlich als schon wie dieser Gang. Wow. Ja. Na, praktisch. Du hast jetzt die Tür aufgemacht. Das? Das ist halt ein Gentleman. Ja, wo müssen wir eigentlich hin? In der letzten Saison, oder? Ja. Ja. Wir müssen jetzt zurück zum Electrical erst einmal. Und Drop Control ausmachen. That's right. Und dann weiß ich nicht. Da! Alter, fuck. Ist der größer geworden? Weiß ich nicht. Der war ja über umgäßig größer. Wir müssen mal, wenn wir das Video fertig haben, auf den Timecode gucken, ob das wirklich regelmäßig alle 15 Minuten passiert. Halt. Safe. Meine Güte. Ich drücke jedes Mal die 5. Ich drücke jedes Mal die 5. Ich drücke jedes Mal die 5. Das hat geklappt. Wunder umsehen. Welch Wunder. Schau, wo gehen wir jetzt überhaupt hin? Da aber weiter. Waren wir noch gar nicht, oder? Und der anderen Weg auch nicht. Gut, aber da geht's wahrscheinlich weiter. Wunder geht bis hier ganz immer hin. Muss ja fast. Was geht denn hier? Oh, sind wir hier voll zu Hause? Ja. Schau, da ist ja sehr bewegt. Von da kommen wir jetzt ursprünglich her, gell? Ja, da werden wir jetzt von dem Electrical bekommen. Memory Access Violation. Oh, ist schon offen. Fündlich zu einer Stunde. Wow. Wir haben es nicht unter einer Stunde geschafft. Oh, los. It appears to be a white porcelan comedy mask, although at times it will change to tragedy. Hm, er geht halt so durch. Ich weiß nicht, dass es richtig verletzt wird. Es ist Elektro-D-Tor. Ja. Wunderschön. Ist das denn da wo? Ja. Fuck! Jetzt können wir nicht verladen, oder? Haben wir gespeichert? Ähm, vor dem Schalter. Elektro-Schalter. Im Mod der Kontroll. Jetzt geht's nicht mehr. Lass mich verraschen. Es geht nicht mehr. Was hab ich gemacht? Are you kidding me? Wir können es auch nicht mehr safen. Ich glaube, wir können es auch nicht mehr safen. Warum? Warum? Gibt es nur einmal? Also der Helikopter macht uns kaputt. So viel ist sicher. Ja, jetzt wenn es nicht mehr geht, dann haben wir jetzt verkackt, Junge. Ich glaube, es soll einfach nicht sein. Jetzt geht's wieder. Thank you, Computer. Computer sagt nein. Ah, Maus-Bug. Double! Triple! What the fuck? Combo! Das war nicht Maus-Bug-Combo. Wo? Das ist doch wrong. Rechts, genau. Rechts? Und dann geradeaus? Ja. Oh, Mann, Mann, Mann. Sollen wir das ohne Speichern schaffen? Wenn wir selbst im Gateway noch sterben? Das darf alles vorbereitet sein. Wie ist das Bitterste eigentlich? Du stirbst da und du gehst immer damit. Ja. Das ist das Worst-Case-Szenario. Um zu sterben. Die müssen da wohl irgendwie... Vielleicht sterben? Schneller sind wir da, als wir die Kaffee, oder? Ich weiß ja, irgendwie. Wer kommt denn nicht SCP-682? 83? Der macht den kaputt. Jetzt fliegt der in den... wo muss man hin? Links wahrscheinlich, oder? Da, links. Run! Einer kommt hier. Oh, das ist ein... Personal. Wo? 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 We are going in. Da kann er sich noch abschießen, oder? Ich bin sicher. Boah! Mal was backen. Jetzt kommt er. SCP-682 just broke out at Gate B. I want all available helicopters and MTF units at Gate B now. I repeat, SCP-682 is out of the facility. All available helicopters and MTF units to Gate B now. I don't know if I can see it. I'm not sure if I can see it. What is the gun? I'm not sure if I can see it. Oh, no. Blast shelter. What is that with blast shelter? That's the blast shelter. Oh, no. Oh, no. What is that? 3-push sensation bla bla bla. Jet lock saved. Oh. Shit. 10-8, 1-6. Shit on you. Shit on you. I think this is the end of the video, right? Well, I need to open the door. Oh. Oh. Is this a blast shelter here? Haha. It looks not so sure. I should know. Stimmt it. Maybe this is the code here. Or maybe. Die haben uns weggenommen. Ich glaub das soll es so sein. Die haben uns weggenommen. Ich glaub das soll es so sein. Was solltest du sagen? Was solltest du sagen? Was solltest du sagen? In der Poki der Menschen gibt es irgendwas Neues. Fürs nächste Video. Wolltest wir reinkommen. Ja aber ansonsten, SCP. 35 haben wir gesehen. Und was ist das andere? 148. CH1 to OH6. Have you located the target? OH6 to CH1. No sign of the target. I think we should send it into you. Ich hab nicht gemerkt. Ich hab nicht gemerkt. Ich hab nicht gemerkt. Ich hab nicht gemerkt. Es ist eine Premiere. Wir haben durchgespielt. Gate B. Ich hab nicht gemerkt. Ich hab nicht gemerkt. Ich hab nicht gemerkt. Ich kannte das schon. Das eine hab ich schon mal auf YouTube gesehen. Aber das andere kenn ich nicht. Stimmt es gibt ja zwei. Es gibt ja zwei wenn du die Schaltung... Wahrscheinlich haben die dann keine Nuke. Keine Atombombe wenn du das umschaltest. Boah. Aber was soll dann passieren? Break out. Es macht alle kaputt. Alle kaputt. Ja Leute. Dann sagt uns mal was ihr von der neuen Version haltet. Und das nächste mal wird es ohne save. Ich hoffe nicht. Das wird das nächste Achievement. Gate B without saving. Wir hatten jetzt 50 Folgen. Wir mussten es jetzt mal schaffen. Das ist ja peinlich. 50 mal versagt. Ja nicht ganz aber... 50 mal kein GP erreicht. Eigentlich öff... ja. Okay. Wir hoffen ihr hattet Spaß. Mit dieser Ultra XXL Episode. Ja. Yo. What more can we say? Nothing. Du kannst mir beantworten deine Frage nicht. Du weißt schon welche. Die Assi Frage. Aus ethischen Gründen können wir das nicht machen. Sagen wir es so. Das sei an dieser Stelle gesagt. Wir haben noch eine andere Frage von dir. Die kommt nächstes Mal dran. Aber ich sag mal so viel... Ich hab einen ziemlich... Wie sagt man... Ausgereiften... Selbstverhaltungsteam. Achso. Kann mir doch keine Finger abschneiden. Wer macht denn sowas? Sonst ist das aber auch scheiße. Aber die Finger weiß... Wenn er ab ist, dann ist er ab. Achso. Es ging um zwei Finger glaube ich sogar. Das andere ist Straftat. Ja. Lass mal das. Es geht ja nicht ums Gesetz, sondern um den Vater. Ja. Lass mal das. Lass mal das. Wir wollten nicht drauf eingehen. Nein. Ja. Aussage verweigert. So sehe ich das auch, ja. Gut. Ja, dann... Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.